Oh nein, da war doch ne Kiste, wieso hab... Konntest du die nicht mehr öffnen? Nein! Das ist natürlich kacki. Oh Mann! Ab hier beginnt dann der nächste Part für euch. Da braucht noch ne Kiste. Nächster Part schon? Ja das ist schon der nächste Part jetzt, hallo. Oh, okay. Wir haben es ja lang geschafft. Ja. Ey ich brauch Holz, Mann! Oh zwei Bienen, geh nicht zu weit. Oh, shit. Wir müssen das da abbauen, da kommt zwar nur ein Stein raus, aber... Ähm, ja ich muss grad erst mal hier... Stuff. Hast du noch ne Holzplate? Ich hol mal ein. Jo, das ist ein Baum. So. Ähm. Hallo. So. So. Wenigstens ein Steinschwert. Ich brauch mir keine... Ich hab ne Giftweil bekommen, weißt du? Brauch ich am Anfang auch. Giftweil? Vergifte ich mich erstmal schön am Anfang, oder was? Okay. Pass auf, das sind zwei Bienen. Ja, ich hab jetzt schon Angst. Oh nööööö. Wollen wir beide machen? Ja, wir können höchstens da oben, ja. Aua! Das ist voll Kacke! Meine Angst schloddert hier voll weit weg. Bienchen? Ja, die kommt gleich schon. Bienchen? Die sind immer ein bisschen zickig. Ah! Pass auf! Sie kommen! Ah, ein ist tot. Die Bienen! Sie kommen! Ich möchte auch den grünen Schleim da haben. Komm her! Der leuchtet immer so schön. Der leuchtet nicht, nur der hat immer Herbst dabei. Nicht immer. Ich geh jetzt oben lang. Das ist voll doof hier unten. Ich weiß nicht, ob die mir wehtun. Die machen nichts. Die sind irgendwie nur so da. Pass auf. Ich bin gleich tot, wenn ich so weitermache. Hallo E-Mail. Oh nein. Wieso bin ich da runtergefallen? Ich muss eben runter. Das Zeug holen. Warte mal, was habe ich denn jetzt alles? Hast du noch einen Herb? Ne. Wir leben wieder am Limit. Ja. Ist das da drin? Spinnnetze. Hier sind noch Schleimis. Oh ne. Biene. Mach sie, hau sie. Oh, sie kommt zu mir. Sehr gut. Ich lenke sie ab. Nicht im Sprung. Im Sprung gehauen ist das Schlimmste, was du machen kannst in dem Spiel. Das geht überhaupt nicht klar. Ne, eben. Das geht gar nicht klar. Wie soll ich die denn jetzt treffen? Mach den Schleim. Ach so. Sie ist auf mich fixiert. Okay, Schleim ist tot. Ja, okay. Jetzt kommt sie zu dir, Pass auf. Okay, Pinnchen. Hau sie. Oh, das dachte ich nicht, dass die jetzt noch nicht so weit kommt. Okay. Habe ich irgendwas? Das ist ja noch nichts Geiles bekommen. Und ich habe nur zwei Health. Ich habe nur fünf. Also, oh. Hast du den bekommen? Ne, du. Okay. Wie viel Energie hast du noch? Fünf. Okay, dann mache ich mal einen großen Herd. Ja. Was wollte ich denn jetzt gerade? Jawohl. Noch ein Spinnnetz. Wie viele Knochen hast du Knochen? Zwei Stück. Mach die zu einem Barren. Und sammle den ein neben dir. Ja. Kannst du dir jetzt ein besseres Schwert mitmachen? Okay. Oder... Ja, mach ein Schwert draus. Normale Steine hast du noch nicht, ne? Ähm, ne. Okay, dann hole ich mir die jetzt. Eine bessere... Oh, da ist ein Bienennest. Da darfst du nicht draufhauen. Ein Bienennest? Ja. Oh, wei. Also wir können draufhauen, dann kommen aber... Irgendwann kommen da 50 Bienen raus. Was kriegt man dann, wenn man da draufhaut? Ne, dann kommen immer nur Bienen raus. Du tötest die Gegner halt. Das ist eine Holzspitzhacke. Kannst du mitnehmen. Da ist ein Schwein. Du siehst das ja alles so spät, weil dein Bildschirm kleiner ist. Ja. Aber hinter dem Schwein ist was Tolles. Da ist ein Büschchen. Und Steine. Büschchen. Oh! Ja, der prallt von der Wand ab. Da musst du aufpassen. Das wusste ich nicht. Das war jetzt natürlich... Du prallt jetzt auch nochmal ab. Oh, nicht getroffen. Das sieht immer aus bei dir, als ob er dich trifft. Und dann springst du noch so weg von dir. Voll merkwürdig. Das hat es voll nicht gebracht. Hast du jetzt eine bessere Spitzhacke? Ja, dann brauchst du besser. Aber du kriegst die jetzt auch. Ja. Mach dir eine kleine Spitzhacke. So viel Stress. Steine, was hast du mir jetzt gegeben? Steine, ja. Steine, ja. Eine Stormblade. Ach, nee. Das muss ich ja nur aus Sticks machen. Richtig. Ich lern schon. Ich lern schon. Oh nein. Ich hab das Spinn... Äh, das Netz... Hör auf damit. Wie durst du das? Also hau nicht noch ein drittes Mal drauf. Dann kommt... Oh, mein Stomach beginnst du Grumbel. Oh. Ich hab noch drei. Ja, ich auch. Dann müsste es bei dir aber auch gleich erscheinen. Das... Kommst du? Ja, ich muss grad... Oh, höpst. Und es gilt. Oh, was? Hä? Oh, du hast bei mir grad voll rumgeleckt. Dann nehm ich jetzt mal das Rote. Ich hab das Rote auch genommen. Was bringt das denn? Was steht da? Irgendwas mit einer Axt. Okay, machst du das nicht sowieso schon durch deinen... Wir haben ein Problem. Was? Oh! 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 Wir brauchen uns so lange. Musik! Ist ja ganz ekelhaft geworden. Ich will die Schweinchen töten. Aber ich komme nicht. Bisschen Stress, wir sollten oben lang. Oh, das sind so viele Steine. Gott. Nein! Jetzt bin ich in den Stein gelandet, weil ich so viel Panik hab. Oh! Lauf! Ah, nein! Ich bin gefallen! Ich glaub, wir sehen das Vieh gleich zum ersten Mal. Gott, ich hab das noch nie gesehen. Ich will's nicht sehen. Ich muss da lang. Ich muss oben lang. Du auch. Nein! Ich hab zu viel Panik. Oh nein. Das geht nicht. Zu viel Panik. Oh nein! Das wird nix. Lauf! Ich bin tot! Oh, da ist es. Kann ich jetzt endlich die Kisten aufmachen? Ja, öffne die Kisten, bevor ich was drücke. Oh, da kommen sogar drei. Was? Oh, da kommen da so viele. Oh, ich hab was freigeschaltet. Ich auch. Den Noble Variant 3. Bist du jetzt fertig mit den Kisten? Ja. Kann ich Play again drücken? Oder willst du mal was auswählen? Ähm, ja, noch einmal. So, und dann will ich vielleicht mal den anderen Tippen da auswählen. Du merkst, wir sollten uns beeilen. Ach, was? Ja, aber beim ersten Mal hatten wir auch so lange Zeit. Und dann ist nix gekommen. Ja, das ist, ich weiß nicht. Die Zeit ist irgendwie wirisch manchmal. Oh, Goddammit! Wieso krieg ich immer alles in die Fresse? Weil du immer ein Stückchen mehr da vorne stehst als ich. Toll. Oh, God. Ja, toll, machst du das. Ich hab reingesprungen. Nein, was ist hier los? Warum sind so viele Steine? Aber der ist schon tot. Ich will da hoch. Du bist ne Spinde. Wieso sind hier 50 Schleime? Alter. Können wir die Schleime mal eben treffen? Du möchtest unten langen? Ich hab nicht genug Holz. Du hast Bäume neben dir stehen. Ja, aber dann krieg ich doch bestimmt die Spinne. Die Spinne ist nicht so schlimm. Ich weiß ja nicht. Ich bin doch tot, wenn ich so weitermach. Was machst du denn? Kämpfen! Kämpfen! Hör auf damit! So, das. Ich weiß nur nicht, wann das immer zu so viel Zeug wird, weißt du? Wenn man das craftet. Ja, weil wenn du mehrere Stacks hast, dann craftet der alles zusammen direkt. Das ist voll doof. Du musst das erst einzeln legen. Ja, das ist voll nervig. So. Okay, Schweinchen. Oink, oink. Okay, Spinnchen. Uh! Oh nein! Warum? Doofe Spinne. Was? Oh. Wow. Oh, ich hab auch eine. Ich glaub, ich werde dich... Ich bin gleich tot. Ups. Ja, ich auch. Ich hab noch einen Trank. Oh Gott, die braucht zwei, drei Hits. Kann ich mal nehmen. So. Brauchst du einen Trank her? Hatte ich am Anfang. Toll. Du kriegst hier direkt die OP-Sachen. Sogar einen großen. Du nimmst die Steine nicht mit. Weil ich keine Pickaxe hatte. Dann baut man sich eine. Konnti... Ah! Was ist denn da? Die Biene backt da rum. Die backt nicht rum. Doch, die kam bei mir hier gerade durch. Durch die Wand. Ach so. Da schon wieder. Oh Gott. Kommt aber nicht durch. Ich hab Angst, weil das so aussieht bei mir. Warte mal. Was ist denn da? Stein Pickaxe. Und ein Feuer, hast du Fleisch? No, ja doch. Nein, eins hab ich. Sammeln lass. Ich hab aber nur ein Fleisch. Ja, ja, da brauchst du es ja noch nicht braten. Aber dann hast du es schon mal. Okay. Hab ich einen Herb gekriegt. Herb gekriegt? Moment. Das hab ich fast falsch Mist gemacht. Huch, was machst du denn? Ich hab dir eine Spitzhacke zugeworfen, die ich nie mehr brauche. Hast du einen Drang? Nee. Dann hier nimm die Herbs. Nimm die Steine. Nee, jetzt ist jetzt. Okay. Kannst du dir eine Spitzhacke draus machen oder ein Schwert? Was du willst. Ich glaube, ich will lieber ein Schwert. Dann kümmere ich mich um die Erze. Bin der Erzmann. Okay. Bin der Miner. Kein Miner. Den man auf den Sack kriegt hier. Komm her, Schleim. So. Okay. Oh, oh. Machst du. Ich bin der Bienen anlegen. Bist ja sehr, äh, war gemutig. Nein, hau dich doch nicht weg hier. So. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Trolz. Möchtest du dir irgendwas aus Knochen bauen? Weiß nicht. Ich glaube, ich möchte ein schnelles Schwert haben. Schnauze voll hier. Ich weiß nicht, ob das Steinschwert besser ist oder das, ähm. Jetzt fällt. Oh Gott. Was denn? Mein Gehirn setzt raus. Knochenschwert. Verdammt. Knochenschwert hat vier Schaden. Attack Damage. Weißt du, was ich gerade die ganze Zeit sagen wollte? Weiß ich nicht. Bohnenschwert. Das ist Bohnenschwert. Komm, wir müssen weiter. Nicht, wie wir stehen bleiben hier. Zack, zack. Das macht gar kein Spaß. Stress, Stress, Stress. Schweinchen. Also, böses Schweinchen. Oh nein. Sag doch nicht Schweinchen. Sag Wildsau. Wildsau. Oh, zwei Wildsäuen. Nein. Eine Wildsau ist gleich tot. Your stomach begins to crumble. Oh, schon wieder hier. Wählen. Ich verstehe das immer noch nicht so genau. Was denn? Hier das mit dem... Ja, ab einem Level darfst du wählen. Ja, ja, aber was ich dann nehmen sollte. Ich weiß, ich weiß. Nehme ich jetzt mal den Helm. Mal sehen, was der macht. Und du kannst halt hier, wenn ich jetzt Z drücke, ist das... I'm so angry. Oh, jetzt kann ich mich teleportieren. Jetzt mache ich 20 Schaden. Und hab das... Huch. Ja, da, wo du gerade hinguckst. Teleportierst du dich hin, glaube ich. Jetzt habe ich mich aber irgendwie voll nicht bewegt, oder? Ja, weil du es verkackt hast. Aber Z ist voll die... Ist irgendwie nicht so eine gute Stelle dafür. Ja, das kannst du ja umlegen. Habe ich aber auch noch nicht gemacht. Sollte ich mal. Wie C oder so. Oder... Keine Ahnung. WC. WC, ja. Oh, nein! Uh, das war knapp. Ich weiß nicht, was ich noch... Ob ich noch Holz sammeln sollte? Holz sammle ich immer nur, wenn ich es brauche. Holz. Ja, bringt uns noch nichts. Okay, ich schon mal warte. Schwums. Weißt du, ich brauche noch keinen Mana, aber schwums. Tot den Schweinchen. Ja, die Schweinchen machst du, ne? Ja. Das kannst du. Ich mag die Schweinchen. Oh, dann kommt wieder eine Biene. Oh, nö. Jetzt oben lang. Oh, nein! Hm? Hey, Biene. Komm her. Komm doch nicht. Komm doch nicht. Lass sie doch kommen. Geh nicht hin, lass sie kommen. Ja, aber... Braucht ihr doch ewig. Ja, toll. Du hast mich getötet. Entschuldigung. Du hast mich getötet. Jetzt hab ich auch die Biene getötet. Ist dir das bewusst? Ja. Du hast die Biene in mein Gesicht gehauen. Okay, ist gut. Oh, das geht aber nicht weit, das Teleportieren. So, wir können gleich Fleisch gebraten. Ja. Wieder im Wald nochmal? Ja. Ich hab Angst vor den anderen Gebieten. So, hier ist wieder schön. Ich geh mal eben Eisenschmelzen. Ich hab nämlich, äh, 18 Ors. Ach hier, du kannst, ich hab auch noch eins. Da. Sammel das mal. Das bringt mir nix. Ja, aber ich hatte jetzt ein einzelnes, was soll ich denn damit? Hm, Monsterheiz. Wie viele hast du? Ähm, drei. Drei? Ja. Das reicht nicht für ne Rüstung. Schlecht. Wir können aber, äh, du möchtest ja, möchtest du ein Eisenschwert? Oh. Neh mal eben das Eisenohr mit. Das liegt da irgendwo? Ja, ich hab's, glaub ich, eingesammelt. Ähm, dann mach ich nämlich eine Klinge. Dann mach ich zwei Klingen. Ähm. Aus den Spinnennetzen mach ich eben was. Kann ich mir nämlich... Hast du noch Spinnennetze? Ja, zwei Stück. Ähm, bauen Dings draus. Hast du Knochen? Ähm, nee. Monster Pelze? Ähm, eins. Boah, wieso hast du immer so ne doofe Zahl? Ja. Wie viel Fleisch hast du? Drei. Oh ja, wir sollten mal abbraten. Brating Time. Knochen. Ich wollte nicht essen. Ich wollte es braten. Wieso isst der das rohe Scheißfleisch? So. Alles voll geschissen. Ja. Sehr gut. So. So muss das. Ähm. Ich wollte mein Zeug verkaufen. Oh, ein Goldschwert. Hast du noch einen Steak? 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 Moment. Äh, stick, stick, ja. Ganz viele. Äh, ich brauche... Vier. Vier? Nein. Doch. Hast du auch noch ne Holzplatte? Da, nimm... Ja. Ganz viel. Okay. Wie viel brauchst du davon? Äh, warte. Ich bin grad verwirrt. Ich möchte eine Spitzhacke machen. Aus Eisen. Brauchst du doch gar keine Platten für. Nee, aber möchtest du ein Eisenschwert haben? Ja, sicher. Ja, also. Dann gib mir ja das Eisen halt. Ja, das ist die Blade. Okay. Äh, ich geh mal unnützes Zeug verkaufen, sonst blicke ich hier nicht mit. Äh, das brauch ich nicht. Verwirrung. Dann kann meine Stone Pickaxe weg. Die Steine kann ich zur Rüstung machen, wenn ich Glück hab. Müssen wir mal gucken. Da fallen sich eine Holzrüstung. Naja, das geht leider nicht, weil du keine Barren daraus kriegst. Äh. Hoch. Verkauft. Das Ding mach ich mal zu nem Netz. Also ich hab nen Kescher schon mal. Ja, mir fehlt noch. Ich hab nicht genug. Die Schwums... Du verbrauchst keinen Mana, ne? Ne, im Moment nicht. Dann können die Schwums ja weg. Ja. So. Mal gucken, was ich damit machen kann. Jetzt hab ich noch ein Stein und ein Ironite. Oh, ist der voll hoch. Ich hab ihn hier oben eingesammelt. Oh, Raw Chicken. Ah, man kann sich die Steinrüstung machen. Raw Chicken. Guck mal, ich kann mir ne komplette Steinrüstung machen. Oh, what? Stierpuhn. Oh, ich level ab. Warum hast du jetzt eigentlich nen Level ab und ich nicht? Du hast auch nen Level ab bekommen. Ach, echt? Hast du noch Steine? Ich will eben die Kaki hauen können. Ah, ne, ich sammle die Steine ja immer, ne? Ja, ich hab einen Stein. Aber kein Barren. Ne. Hier, zieh die mal an. Was ist das? Was ist das? Das ist eine Rüstung. Stone Armor, achso. Das ist aber rostig. Es ist steinig. Ich hab nen Schild und nen Helm. Oh, Gott. Ein Schild? Obwohl, ne, das Schild ergibt ihr einen, hab hier mehr. Nimm dir den mal. Pst. Oh, mein. Yay, Schild. Ich hab überhaupt keinen Tränker oder sowas. Keine Heilzeug bekommen bis jetzt, ey. Ja, ich auch nicht. Sonst in den Runs hab ich immer Heilzeug bekommen. So, aber wir haben ne... Aber ich hab auch noch mehr Leben als du. Toll, ja. Hack noch drauf rum. Wir gehen jetzt. Okay. Ich komm mit deinem Eisenschwert. Du musst jetzt Damage machen, das ist dir klar. Ja. Mach das schon. Überlass das alles. Schweinchen. Hallo. Ja, ist gut reingesprungen. Ja. Das hat doch. Überlass das mir. Oh, ich hab Herbst bekommen und das nicht wenig. Oh Gott. Lass es zurückkommen. Lass es zurückkommen. Ja. Yeah. Tod. 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 Tod, den Schweinchen. Ich hab Herbst. Du hast Herbst. Wie viel Energie hast du? Ähm, fünf. Tut mir leid, ich hab's nötiger. Wie immer. Ich vergesse immer, dass man däschen kann. Ja, das benutze ich auch selten. Oh Gott. 16 Schaden machst du. Oh nein, das ist wieder. Nein. Nein. Also, ich bleib hier oben. Scheiße. Wir müssen den nicht machen, ne? Ja, ich weiß. Aber du springst ja schon todesmutig darunter. Ja, aber wenn der da so geil steht. Oh nein, jetzt ist hier noch ein Schweinchen. Das will ich jetzt aber nicht triggern, weil das fällt ja bestimmt darunter. Und dann kommst du dir und dann. Guck mal, wie gut das hier steht. Warte, wenn der zurückspringt. Oh, jetzt kommt das Schweinchen. Oh nein. Oh nein. Jetzt hast du es getriggert. Na toll. Die Block ist auch nach links. Oh. Oder so. Aber. Sie haben so ein Talent, ne? Nur noch drei Leben. Ich gehe erstmal gucken, ob ich hier. Okay, gucken. Aua. Was ich zum Heilen finde. Ich habe genug Herbst. Warte, was mache ich denn? Ich habe noch einen Trank machen. So. Ich will diesen Boss tot haben. Ich merke das schon. Aber ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Der gibt Zeug. So, das Schwein ist weg. Oh, verdammt. Der Mist. Ich habe gar keine Spitzhacke. Ich komme gleich. Lass mich erst mit dem Boss hier kämpfen. Ich mag die Musik. Der hat nicht mehr viel. Okay. Ich finde es gut, wenn die Steine, die hier rumschweben, den Gegnern auch Schaden machen. Du bist ein nötiger Gegner. So. Schweinchen. Ich kümmere mich um das Schaden. Oh, wie viel Energie hat der denn? Zu viel. Hat der auch. Komm her, du Sau. Was auch immer, du bist eine Maus oder so. Schweinchen ist tot. Andere Schweinchen ist auch tot. Tod den Schweinchen. Komm her, du Schleim. So, wie sieht es bei dir aus? Ich habe hier oben schon aufgeräumt. Aua, ich bin tot. Oh nein. Es ist auf mich drauf gehüpft. Hau ihn, der hat nicht mehr viel. Nee. Ich kann den doch nicht. Man sieht doch, was der macht. Ich verstehe den doch noch nicht. Ich habe Kisten. Oh, jetzt sehe ich wieder meinen Mauszeiger nicht. Ich muss meinen Mauszeiger hin. Der ist zu klein auf dem Mac. Hallo Mauszeiger. Na oben war er. Ja, Varianten hat sie die Frage. Sag, wenn ich drücken kann. Ja, jetzt kannst du drücken. Ja, jetzt kannst du drücken.